Ich wette, ihr wusstet nicht, wie groß diese Sachen in echt sind. Zum Beispiel, dass wir Eisbären einfach bis zu drei Meter groß werden. Oder wie es aussieht, wenn der größte Mensch der Welt eine Pepsi in der Hand hält. Das sieht aus, als wäre das Lego oder sowas. Wusstet ihr, dass Ampeln einfach so riesig sind? Oder dass diese Verkehrszeichen auf den Autobahnen so riesig sind? Junge, wie ewig groß die Pyramiden sind. Wie lang man dafür in Minecraft bauen würde. Und mal andersrum, seit wann ist der Pluto so klein? Der passt einfach auf Australien drauf. Und warum hat sich die Evolution gedacht, dass Elche so groß werden müssen? Wir könnten ein Auto zerstampfen. Und diese Bisons erst recht. Der Schädel ist größer als meine Ehre. Und hier sieht man den normalen Kreuzer im Vergleich zur Titanic. Ist ja im Vergleich ultra klein. Und dieser Baum ist noch nicht mal größer als mein...